Er ist sogar gefreezed, weil er nicht mehr höher anzeigen kann. Wie viel ist das Maximum? Normalerweise ist 900 das Maximum, aber sobald er über 1000 geht, aktualisiert er sich nicht mehr, weil er nicht anzeigen kann. So. Lelelel. Los komm her, du blödes Gunt. Den hast du keine Chance, das wird ein scheiß Forster Noob. Das ist ein Sodapopper, Mann. Also, laut mich hat er zurückgestoßen. Lelel. Komm, wir gehen jetzt einfach... Was? Ich hab ihn zweimal hintereinander getroffen? Nee. Nee, ist nicht. Ich mein, dass mein Shit auch getroffen hat, aber... Alter, ich will nicht laggen die ganze Zeit, ey. Oh, komm. Lelel. Ups, ey. Aber echt, ey. Und Sodapuppers Wuchtel. Der... Einen Kopf hol ich mich mal zurück. Hier sind zwei. Ich weiß. Irgendwo. Irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Hab ihn. Lelel. Hab noch einen. Pfff. Ich dachte, das wärst du, aber nein. Spall. Ah, scheiß Sodapopperhomo. Lelelel. Dummer Hohn. Hab sich ja nicht erwischt. Cybertyp. Ich bin doch toll. Ja. Lelelelelelelelelelelelele Lelelelel Lelelelelelelelelelelel Ich warmunsig an Mach die Ausrastende an Die? Nein, die Ausrastende Die? Nein, die Ausrastende Shhh Die Nein Die? Nein Die? Ja Die ist doch Ausrasten oder nicht? Lelele Gott, dieser Atmel kann auch kein Englisch, ey Vielleicht ist er ja kein Engländer, sondern Deutscher Er ist Deutscher Aber er ist scheiße Ja, nee, ist klar Acht Köpfe Ich streng dich an Yes Ich heiße CyberTube Ich habe Frosty Knight den Kill geklaut Aha Wieso baut da jemand eine Sentry, eine Mini-Sentry? Ich war schl-Killz auf meinem Schild Alexander Fick dich Wieso, da ist einer namens Alexander gespawnt Lele Den Dingens gejoint Lele Ja, ist schul Mach's da auf so aber nicht Du heißt selbst Alexander Ja und? Aber ich nenn mich nicht so Aber ich Oh Gott, die haben eine Level-3-Sentry in deren Spawn Hm, what? Bro Ich habe hier nichts mehr zu tun, die Spice kommen nicht mehr Awww Sie beißen heute nicht mehr so gut an Pfff Ah, aber da kommt CyberTube Hast du es immer noch nicht kapiert, das Schild kann dich one-hitten Ein Spy oder wer? Nein, nein, ein Scout CyberTube Lele Also wenn diese Panda-Community von solchen Arschlöchern wie diesen Admin vertreten wäre, dann weiß ich nicht ob wir die gut sind Oh, das bist nicht du Das bist du Du benimmst mich wie ein Spy Du nimmst mich wie ein dämlicher Smile Ist der Alexander echt? Ja, ist er Keine Ahnung Hier ist ne Box mit nem Loch drin Ich, ich setz mich da rein Uuuuuh Ich bin hier drin The Box with, the Box with Cocks Ja, echt ey Box with Cocks Ich hab mal jemanden, ich hab mal jemanden von seinem traurigen Schicksal erlöst und der Katze geglitscht zu sein Scheiß Katzen, ey Schreib ich den, du Spy Schreib ich den, du Spy Schreib ich den, du Spy Du bist ein behindertes Pokémon 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 Jeder weiß, dass Pikachu besser ist Ich mag keine Pokémon, ey Deine Mutter, Junge Jeder mag Pokémon Nein Doch, selbst Hannah mag Pokémon, sie weiß nicht mehr was Pokémon ist Pfff Ich bin kein Spy, nein Ah, du stirbst gar nicht Nö Nicht mehr Lelele, es ist 22 Uhr 22 Uhr Okay, da noch nicht Vergiss nicht Schreib diesem Admin, dass er scheiße ist Und dass du es auf Video hast Okay Ich schreib ihm einfach You suck Da ist jemand, Stuck in der Katze Ja Ja Raiju hat dich getötet Ja Den habe ich in den Himmel gefördert Hätte ich ihn nicht getötet, wärst du nicht gestorben Lele 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 Da ist wirklich ein After Wissen Ich kacke heiße Suppe Schreib ihm von mir, dass er keine heiße Suppe kackt, sondern heiße Hühnerbrühe Geil, ich wurde geglitscht. Ich kann mich befreien. Hast du das geschrieben, dass er heiß durch Hühnerbrühe gekackt? Ja. Scheiß Raichu. Nein. Nein. Alex, in der Katze sind zwei Typen. In welcher Katze? Ach, in der. Die sind dann geglitscht. Oh, scheiße. Das sind zwei Pyros drin gewesen. Der Dominator. Der Dominator. Hast du das? Ja. Lelel. Was schreibst du so viel mit Odds? Schreib weniger mit Odds, sondern Spiel mehr. Tue ich doch. Wir müssen die Mocke wieder anmachen. Lelel. Odds hat mich an. Lelelel. Was? Keine Ahnung. Die Musik ist kacke. Ah, ich hab die falsch angemacht? Ja. Ich geh mich ankommen. Lelel. Ja, das ist die richtige. Lelel. Lelel. Er hat zwei Items in den Trade eingetan. Lelel. Zwei Hüte. Zwei Hüte. Zwei Hüte. Was? Den Bonk Leadwear und den Tarantinum Head. Lelel. Scheiße. Scheiße. Scheiß drauf. Ich verkauf die. Nein, du kannst mir einen abgeben. Ne. Omo. Ey, da kommt wieder Raichu. Er kann mit der Flare gar nicht ziehen. Ah. Zu früh gefreut. Odds ist so. Lelelelelele. Gescammt. Haha, du Noob. Fuck. Alex, ich brauch deine Hilfe. Wo? Oh, warte. Komm, komm, komm. Ich muss dich löschen, ich muss dich löschen. Komm her, komm her. Danke. Bitte. Ich miss Raichu. Hat das nicht erwartet. Okay, das war's jetzt mit der Aufnahme. Warte, schreib nach dem scheiß Admin, dass du es auf dem scheiß Video aufgenommen hast, wie scheiß er doch ist. Das musst du auch noch im Video haben. Und dann seine Reaktion. Der wird dich bannen. Pfff. Ne, kein Bock. Mach du doch. Yo, Admin Panda. Wir haben dich auf Video, wie du wie ein Anfänger spawn campst. Ich hoffe, du bist dir im Klaren, dass ich dich als dem... Na gut, das war's schweck. Ich hoffe, du bist dir im Klaren, dass du ein... Schwul bist. Schreib schwul. Schreib schwul. 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 Jetzt weg hier. Okay, das ist korrekt. Okay, das war's jetzt mit Scheiße und ich höre jetzt auf aufzunehmen. Hab noch viel Spaß mit was weiß ich nicht was. Ich hab zwei Hüte gekriegt. Ich hab zwei Hüte gekriegt. Hüte? 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 Wo sind die Hüte? Wo sind die Hüte? Wo sind die Hüte? Komme! Wo sind die Hüte? Du kannst mich trotz meinen Abend geben, ich da. Schuldes, ich нес wie so noch einne. Doch, das ist doch nur noch ein, wo sind die Hüte. Ich hüte, mich jöte, mich jöte, mich jöte. Give mich daran, Serain, und wenn ich eins... Nein, verdient's, sondern ich verkaufte beide... Schald's, meine ich, ein Сов consomm Service Hast siis, Du schuldest mir einen Hut, du Schwachbeck. Ich brauche mehr Zeit. Ist mir egal, ich schulde dir gar keinen Hut. Doch, du schuldest mir einen Hut. Okay, bis dann. Ich schuldest mir aufzunehmen und bin jetzt schlecht. Leel? Anna kann es bezeugen, du schuldest mir einen Hut. Nein. Ja. Nein. Du hast mir nämlich ihn nicht gegeben, du hoffest. Es ist jetzt 22 Uhr und 7 Minuten.